Und es ist Macmillan. Ja, das ist ja, Macmillan hat ja einen anderen Ladebildschirm als die anderen Maps. Bitte was? Hey, bist du das? Oh, wir sind alle vier zusammen gespawnt. Alle vier zusammen. Los, der eine soll mal mitmachen. Was macht der da? Wieso geht der weg? Der will nicht. Hä? Guck mal, was der da macht. Ich bin für dich schon, weil da der Killer ist. Ja, was ist das für ein Arsch? Alter! Lauf Steffi! Ich hab den Eta bekommen! Ja, komm! Reichheit! Reichheit, ey. Unpassbar. Ich bin so klu! Ich bin so klu! Ich bin so klu! K-L-U-K, nicht bei K-L-U-G! Okay. Renn weiter weg. Ich bin rechts vorbei. Ah, da, ich seh dich. Bleib mal stehen. Ich bin hier in der Ecke. Das war so gut, wie alle dann so voll ausgerastet sind. Das war richtig assig einfach nur von dem. War das der, der früher abgehauen ist? Ja, ja. Oder war das der andere? Der hat das alles verkackt, ey. So'n Arsch, ey. Schmeißt das Ding um. Neh, wir wieder zurück. Da vorne, wollen wir da? Hier, hier, hier. Ach so, okay. Neh, wir da hin. Äh, ich mein... Was hast du gemacht? Was war das, was du machen wolltest? Ich wollte diese Da-Geste machen. Ach so. Aber ich hab, komm hierher, Geste gemacht. Ich schau Richtung rechts. Wegen Keller. Machst du nach links? Das ist super, weißt du? Ich sag sonst immer Nia. Und jetzt sag ich einmal näher. Und jetzt ist es auch nicht richtig. Also... Weißt du, was ich mein? Ich hab immer Nia gesagt. Da haben immer die Leute gesagt, das ist falsch ausgesprochen. Jetzt sag ich einmal näher. Der Typ... Der Typ braucht... Sorry. Der Typ braucht Heilung. Ich wollte dich heilen, Nia. Sorry, not sorry. Ich wollte ihn heilen. Tja, siehste, aber er will halt den Generator machen. Los, komm Schein, lass dich befummeln. Ich will fummeln, lass mich fummeln. Ich will lieber fummeln. Da kommt der Geist. Lauf. In irgendwelche Richtung? Lauf neben dir. Oh. Warum rennt der immer zu mir, man? Warte, vielleicht kann ich ihn ablenken. Ich lauf mir grad schlängeln hier. Das ist total dämlich einfach nur. Wo bist du ungefähr? Oh, er ist daneben geschlagen. Ich bin nach rechts gegangen. Ist du der, der da rennt? Ja, ich renne da. Und da ist auch der Geist in der Nähe. Gucken wir mal zu, wie Steffi den Geist abhängt. Nein. Schmuss es um. Gut gemacht. Okay, ja. Kacke. Das hab ich richtig kacke gemacht. Ich hab nen Schlag. Ja, ich hab nen Schlag, Mann. Ich hab nen Schlag weg, Mann. Was ist er da? Er verfolgt sie immer noch, Leute. Leider. Ich glaub, er hat dich nicht gesehen. Doch, er sieht dich. Doch, ja. Er hat mich auch gleich. Ja. Ich hab halt bei dem Dingens gewartet und da ist er dann nicht hingekommen. Oh nein, nicht in den Keller. Ja, vor allem, weil das immer der Camperkeller ist. Das ist das Nervige. Oh nein, hier ist auch das Dingens nicht mehr, weil der das ja gemacht hatte. Ich lenke ihn ab. Er versucht jetzt halt mich zu hauen. Naja, was hast du jetzt halt einmal? Ich hab schon halb Wiggle, aber ich werd's wahrscheinlich nicht schaffen. Schaffen wir nicht mehr. Nee. Nee. Nee, nee. Er rennt aber direkt hoch. Er will wahrscheinlich direkt dich haben. Oh, er guckt in den Schränken. Und ich steh am Fenster und guck ihm dabei ziehen. Das rafft er nicht. Da ist auch noch ein Zweiter. Der eine ist ganz weit weg, aber ihr seid zu zweit. Er ist wieder runtergegangen. Oh, ja. Ich versuche ihn wegzulenken, weil sonst können wir dir ja niemals helfen. Ja. Ist der andere noch da oder ist der abgehauen? Der andere hat einen Hit gekriegt. Okay. Ich seh den grad gar nicht. Ist der direkt überhaupt? Ja, er kämmt halt. Wow. Jetzt können wir da. Warum müssen wir mal gegen Camper spielen? Ich muss schon sorgen. Wir können ja nicht helfen. Wir spielen schon wieder gegen Camper. Ja, gegen Camper ist halt echt mies. Vor allem wenn ich halt so schlecht im Abhauen will. Ich hab's versucht. Du hast es ja gesehen. Ist er grad unsichtbar gegangen? Ja, er ist hier unten unsichtbar. Ja, okay, gut. Und läuft grad die Treppe hoch. Aber hier unten ist noch ein Item zu holen. Muss geheilt werden. Guck mir mal ein Medipack. Macht voll Spaß hier die ganze Zeit. Space zu spammen. Nein, das Item wurde schon geklaut. Ich mein, Downwreck stört mich ja nicht. Dann kannst du weiter mit mir in Camper Lobbys kommen. Und du lernst irgendwann, wie du gut abhauen kannst. Die Position hier ist halt echt kacke. Da hinten ist er. Oh ja. Richtig wenig. Oh ja, immerhin noch 6000 Punkte. Wär du? Ja. Schade. Der Killer hat auch schon 6000. Und du spielst mit einem Rang 14 und Rang 9 Überlebende. Omega Boy ist Rang 9. Jetzt hab ich ein Problem. Der, der nicht geholfen hat. Und der hat drei... Der andere hat auch schon vier Perks. Also das sind eigentlich gute Überlebende. Der Killer sieht dafür nicht so gut aus. Ist ja schließlich auch ein Kämpfer. Machen. Nein! Ich glaub Omega Boy ist ein Russe. Weil ich seine Anzeigen gerade auf Russisch sehe. Der sabotiert gerade. Ja, der hat, glaub ich, richtig viel sabotiert. Könnte jetzt zu meinem Glück sein. Oh, wieder, dass ich hin und her bewege. Nee, schade. Oh, den hat er nicht. Schade. Ah, war knapp. Ah, hier kann er nicht ganz so gut campen wie im Pornokeller. Da haut er ja auch direkt ab. Obwohl, nee, doch nicht. Das ist so schade. Wieso kriegen wir echt nur Camper? Ja, so ist das halt mit den... Mit den niedrigen. Da müssen wir ja ein bisschen sneakier spielen einfach. Also, ich vor allem. Statt die anderen auch irgendwie was Vernünftiges machen, weißt du? Hm, ich weiß. Weil der eine da hinten einfach die ganze Zeit hockt. Ist auch ein bisschen gelaufen. Oh, jetzt rennt er hin und will nicht retten. Oh, du hast es geschafft! Yay! Einmal der Krälen aufschreckend. Ich hoffe, der Typ kommt hinterher. Ist das blöd? Ich brauche Heilung. Hat er schon gemerkt, oder? Was, du brauchst Heilung? Vielleicht hat er sich sowas gedacht, wie vielleicht folgt sie mir ja. Aber ist halt auch blöd, wenn du einfach nur erstmal wegrennen musst. Ich wusste ja nicht genau, wie weit der Killer ist und so. Weil ich ja schon am strugglen war. Ein Campingplatz wäre eigentlich eine gute Idee für eine neue Map. Ja. Das stimmt. Denn ich habe halt kein Adrenalin, ey. Sonst würde ich mich ja freuen, dass wir ja gleich fertig sind. Oh, er ist hinterher. Er rennt ja von der Adrenalin. Hoch. Nein! Leck das bei dir grad auch? Ne, jetzt grad nicht. Okay. Scheiße. Oh nein. Oh nein, Grins. Oh, und da ist die Luke. Problem war, ich dachte, dass da noch Dinger sind, aber die waren leider auch schon alle weg. Ja, die waren überall weg. Wenn ich jetzt mich nicht irre, hat er bestimmt den Haken hier immer noch nicht gemacht, oder? Doch, okay. Der war da ja grad dran. Lol. Oh, er lässt dich liegen. Oh, er wollte den anderen holen. Ich würde mir auch ins Gebüsch legen und dann... Hat er dir Stalker? Ach so, warte. Ne, der hat nur Iron Grasp 1. Also ein schlechter. Also er sollte dich nicht finden können. So einfach. Weißt du, wenn die Leute... Oh, ich glaub, der Russe kämmt an der Falltür. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaub, der wartet drauf, in die Falltür zu gehen. Echt? Der heilt sich grad selbst. Ne, der heilt mich. Ne, der heilt sich grad selbst. Ich mein den Russen, nicht den anderen. Omega Boy ist der Russe. Zumindest wird bei dem, wenn ich dem zuschaue, werden die ganzen Sachen, die er macht, auf Russisch angezeigt. Stimmt. Und da wo der ist, ist halt auch die Falltür. Nur so zu deinen Hintern. Ich war doch eben auch bei der Falltür, ne? Ja, genau. Da bist du ja auch angefallen. Ach schön, wie ihr euch gegenseitig heilt. Und wie wir beide noch so... Ja. So, wie so ein Knicks hat das so ein bisschen gewirkt. Danke so, milady. Von mir aus gesehen ist die links, richtig? Die Falltür. Äh, kann ich grad schwer sagen. Ich hab keine gute Mapkenntnis. Wie gesagt, da wo du umgefallen bist halt. Sonst wir wissen. Ah, rennt da hinten, ne? Oh nein. Ja, dich gesehen. Ja, ne? Ja. Ne! Oh Gott. Ich hatte echt Angst, dass du das nicht mehr schaffst. Oh, jetzt zum Ausgang. Boah, ist auch richtig knapp. Oh nein, oh nein. Au! Ich muss zum Haus kommen. Sind im Haus noch welche? Ja. Nein! Oh mein Gott. Boah, Alter. Wird schwer. Fifty-fifty Chance. Verdammt! Aber der andere ist nicht so weit weg, meine ich. Der andere Ausgang. Ich glaub, der ist relativ nah weiter nach, äh, links. Und der findet dich nicht. Hab ihn abgehängt. Nach links, sagst du? Ja, ich meinte da irgendwo wär der. Ich dachte, so wär der angezeigt worden. Kann dich aber auch irren. Doch nicht? Hm. Ah, der eine macht noch Generatoren. Hab halt keinen blassen Schimmer, wo der andere Ausgang ist. Der war auf jeden Fall in der Nähe. Also die waren halt so ums Eck, weißt du? Und zwar der halt weiter rechts davon. Oh, der eine wird gehauen, sonst geht's zur Falltür. Was? Hier unten ist keine Kiste drauf? Doch, da drüben. Ja, du kannst auch zur Falltür gehen, Brands. Sonst wenn darf man. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Da bist du vorhin noch dran vorbeigerannt. Du hast aber auch schon 13.000 Punkte. Ach, verdammt. Taschenlampe. Also wenn du wieder zurück gehst Richtung Tor, müsstest du's vielleicht finden. Kannst du nicht genau sagen. Da irgendwo in der Nähe müsste sein. Weil irgendwo da bist du, glaub ich, auch, äh, geschnappt worden. Ich glaub das Tor da hinten ist auch, oder? Da ist es, ich seh sie. Ne, ich seh sie eh schon. Ah, okay. Ja, geh rein. Was ne Round, ey. Oh, ich kann mir die Vorwarnung noch nicht holen. Die würde ich mir ja sonst nehmen. Wie viel brauchst du? 8.000. Also ich hab jetzt 2.000. Also ich brauch noch 6.000. Ist halt echt schade, dass er genau dich halt bekämpft hat. Ja, weil ich halt auch immer, also ich mein, ich war ja auch die Erste. Also. Also.